Wir befinden uns also hier im Skigebiet Jungholz in Tirol. Wir sind über die Firma Casebohrer Piston Bulli auf das Thema HVO aufmerksam geworden, da sie ihre Fahrzeuge ab dem nächsten Jahr 2022 komplett mit diesem Kraftstoff ausliefern werden und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir auch den Test diesen Winter starten und ausschließlich mit der neuen Kraftstoffsorte unsere Fahrzeuge betanken werden. Der Avia HVO Fuel ist in der gesamten Prozesskette zu 90% CO2 neutral, wird aus Bio und Abfallstoffen gewonnen und ist für den Einsatzzweck hier in den Skigebieten in den Piston Bullis optimal geeignet. Der Beweggrund für diesen Schritt, dass wir das testen wollen, ist natürlich aus erster Sicht der geringere CO2-Abdruck, was dieser Kraftstoff erzeugt. Das ist ein Beitrag, wo auch ein kleines Skigebiet zum Umweltschutz leisten kann und die Vorteile natürlich, dass dieser Kraftstoff eine höhere Leistungsdichte hat, somit die Maschinen sogar etwas schubstärker werden und das werden wir diesen Winter im Skigebiet testen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.